und so wieder habe ich hab gesagt oh man ich werde dann in den aufnahmen sehen ob das lustig ist oder nicht wenn es lustig ist dann werde ich es mir angewöhnen wenn nicht dann ich muss mal meine Wut runterschlucken der letzte ball ja so ein lava ball durch die blöcke geht können sie so vorstellen wie ein ghost sheet in minecraft bloß dass da die blöcke nicht abgebaut werden im minecraft hey das war doch voll da durch was habe ich getan alles geht auf einmal jetzt auf einmal wollen den ball haben die zwei müssen wir noch zweimal treffen ich probier es jetzt einmal mit einem part mit weiß nicht wie es bei euch rüberkommt aber ich bin ja ein freier let's play ich mach das was mir grad in den kopf kommt es gibt ja auch das play die halten sich an dem drehbuch und sagen irgendwas die haben sich so nebenbei notizen gemacht und dann wollen sie das irgendwie sagen wie ähnlich wie als würden die einen aussatz schreiben oder so ja und weg ist der schöne ball okay nein nein das dauert jetzt ewig was zum teufel cheating der ist voll durchgegangen oh man was für ein krasses let's play ey oh god ja nur noch einmal treffen wie viel leben haben wir noch zwei naja das reicht eigentlich ich glaube das muss man sogar schaffen ho halt ich jetzt die kante jetzt die kante ich geb mir die kante ich schwörs so nein verpeilt nein verpeilt nein verpeilt nein verpeilt ja egal jetzt mal andersrum kacke also wie soll man die teile optimal erwischen diese zwei muss man noch klüger sein als oh gott das let's play macht mich verrückt nein nicht save score oh weh weh so ich schwörs ich werde echt zum Angry German Kids dann bin ich das Angry German Kids 2.0 Si oh man Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Gott... Oh Nein, Nein... Den Sauer zu viele Äonen von Jahren. Ist das Flea so? Oh Oh voilà... Das macht mich verrückt... Hochsch location Beauce орgh tututututututuck Woah i just go it's iwt meh ja 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 neid'd isieran o aGM iWOOK Ich werde zum Tier Ich werde zum Tier Es ist echt egal Oh yeah Ich werde zum Tier Dann kommt der T-Shirts Verein und nimmt mich mit Weil das Spiel so scheiße ist Hey, das räumst du sogar Wie soll ich an das Teil da kommen? Da brauche ich ja Einen Geschicklichkeits-Skill von 100 World of Warcraft-Messie oder sowas Ich habe noch nie World of Warcraft gespielt Daher kann ich auch jetzt gerade irgendeinen Scheiß labern Was das betrifft Oh man Oh man Oh man Aber was ist denn los? Im letzten Part sind wir so weit gekommen Oder im Part 1 beziehungsweise Und jetzt fuseln wir an diesen Behinderten-Leveln da rum Du, also Wenn ich das Teil nicht bekomme Und jetzt Game Over geht dann Komm ins nächste Level Dann besprich ich den Scheiß wieder Jetzt aber Jetzt aber Oh Gott Okay Okay Ist das ein geiler geiler Beat Jetzt hole ich mir den letzten Block Oh yeah Nein er hängt wieder Ja 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 Dreamendos Ja R-A-F Hey das ist so ein Level Hat man doch gerade eben oder? Hä? Ja bin ich verrückt geworden Das Level hat man doch schon mal Oder hab ich jetzt ein falsches Passwort eingetippt Im letzten Level oder was? Das Level kommt mir total bekannt vor Das hat man doch schon mal gemacht oder? Ich Ich Schraff's nix So Ich 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 glaub das ist das schlechteste Let's play ever Ich Wette ich seh dann so Später Äh Äh So ein So ein klassischer Hater Hater Video So Äh Das 100 Daumen runter Und so ein Daumen hoch Oder so Boah Bei mir vibriert das ey Bei mir vibriert die ganz Das ganze Zimmer Wenn ich da schieße BOOM Ich frag mich warum man das nicht abschießen kann Welches Level ist das Level 13? Meine Glückszahl Ja Level 13 ist meine Glückszahl Und warum ist das jetzt nicht meine Glückszahl? Wahrscheinlich weil heute Freitag der 13 ist Ha 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 Nein natürlich nicht WAH Ich werde zum Tier Und das hab ich schon mal gesagt Aber ist mir egal Ich dreh durch Ich dreh durch Es ist nicht geschafft Oh oh yeah Ich dreh durch Ich schau mal noch ein bisschen kurz Ich hab den Nebenwarn Okay Äh 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 RRF Invade WW Ich nehm jetzt Wings So Level 14 Wings Leckt mich doch alle Am Arsch Wings So Weil ich weiß Das letzte Level Hat man schon mal gemacht Ja Oh man Ich Meine Nase ist verstopft Ey Boku 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 Na komm schon Yeah Oh mein Gott Oh mein Gott Macht das Spaß Es ist das geilste Spiel Das ist auf Jut Ne Quatsch Youtube ist ja keine Spieleseite Ich meine Das es auf dieser Internetseite gibt Yeah Und ich tue es Let's Playen Ist das nicht krass? Ah Das ist bei mir alles nur gespielt Natürlich Ne Also Nicht dass ihr denkt Das ich jetzt echt durchdrehe Moment Ich muss noch kurz Pause machen Ich hab das Gefühl Jetzt seht ihr das anders